Musik Wir stehen vor einem dritten Weltkrieg, wenn es nicht schon auch angefangen hat. Die Konferenz hat schon gestartet, aber der Besucherstrom reißt immer noch nicht ab. Wenn du nicht hier sein kannst, live in Berlin bei der Rosa-Luxemburg-Konferenz, komm in den Livestream. Ich finde es super wichtig, hier zu sein, hierher zu kommen, weil es ja auch schon eine gewisse Tradition ist. Weil es wichtig ist, regelmäßig zusammenzukommen, auch Linke aus verschiedenen Strömungen, um gemeinsam zu diskutieren, um gemeinsam Ideen von linker Strategie und Perspektive zu entwickeln. Die Linke muss sich auf ihre Kernwerte besinnen. Soziale Gleichheit, Alternative zum Kapitalismus. Wir müssen nicht einen besseren Kapitalismus aufbauen. Wir müssen den Kapitalismus mit friedlichen Gesetzten ersetzen. Der Sozialismus ist Frieden. Der Kapitalismus ist Krieg. Ich distanziere mich ausdrücklich von all jenen, die gegen das Programm der Linkspartei für Waffenlieferungen sind oder auch für Wirtschaftssanktionen. Aber ich finde, es gibt genügend, viel zu viele, zweibeinige Panzerhaubitzen in diesem Land. Und das braucht niemand anderes noch aus der Linkspartei. Es braucht nicht noch aus der Linkspartei Leute, die jetzt pro Waffenlieferungen sind und pro Wirtschaftssanktionen sind, was auch entgegen des Programms ist. Auch zum letzten Gefecht, die Internationale, erkämpft das Menschenrecht. Auch zum letzten Gefecht, die Internationale, erkämpft das Menschenrecht.